Ähm, er hat halt hier so drunter geschrubben, äh, geschrieben so, Schvolo? Kirche schreibt, Giki, lass los, Bro, er spielt Champions League und für meinen türkischen Mittelklassenklub. Okay, die Simulation bröckelt. Also, Max Kirche hat Rafa Gikiewicz auf Twitter mit seinem Kommentar so getriggert, dass Rafa Gikiewicz in die DMs von Max Kirche reingeslidet ist. Wer spielt Champions League? Zweitens, du bist nichts meiner Freund und schreibst du Giki. Okay, drittens, wie du Follower brauchst, such woanders. Und ich könnte Busk und der ist besser wie Alex, dann kann ich schreiben, was ich will. Über die Sprachblockade machen wir uns nicht lustig, ne? Der Mann ist Pole, der war zwar lange in Deutschland, aber alles gut. Und ruhig spielen ist mein Thema, nicht sein Problem. Schau mal, FTA, bitte Mittelklasse. Kannst du Experte bleiben bei TikTok? Ist das alles geil.